Der Allradantrieb vermindert Spurschäden. Auf besonders druckempfindlichen Böden können Gitterräder montiert werden. Bei diesem großen Feldhäcksler werden Pick-up-Trommel und Auswurfkrümmer mit den Hydrauliksteuerventilen des Unimog verstellt. Der Feldhäcksler arbeitet seitlich neben dem Unimog. Auch in der Heu- und in der Getreideernte braucht man die Motorzapfwelle. Beim Unimog 406 werden vordere und hintere Zapfwelle getrennt geschaltet. Die hydraulische Mähdrescher-Automatik wird vom Fahrersitz aus bedient. Haspel und Schneidwerk liegen im Blickfeld des Fahrers.